Hallo und Willkommen zu Super Nintendo Remix. Heute machen wir es so, dass ich zweimal random drücke, also gleich beide Spiele aus der Seite raushole, versprochen. Und schaut in die Infobox, da habe ich meinen Trailer, schaut ihn euch auf jeden Fall an, das ist ein Herzensprojekt und ja, drücken wir Random. Das erste Spiel, World Heroes. Und das zweite Spiel wird dann Ultima 7, The Black Gate. Na dann, wir sehen uns im Spiel. World Heroes. Nice. Allein wie ich so 16,8, äh, 16,8 Bit? Ah, Musikhör. Einfach nice. So, was können wir an Einsteller? Ah, passen wir mal auf 3, 99. Okay. Auf geht's. Blabla. Das wollen wir ja alles nicht wissen. Ich muss mal das Mikro ein bisschen weiter runter machen. So, wir nehmen wir Anso, Puma, Dragon, Yanni, Arm, Mr. Power, Falcon. Wir nehmen. Wir nehmen... Dragon oder Hanzo? Wir nehmen Hanzo. Äh. Machen wir einfach nochmal, mal, mal. Machen wir einmal normal, einmal vertrauen. Oh, gegen Dragon. Pff. Okay. Okay, zeig mir was draufhast. Oh. Alter. Alter. Gib mir aber, du. Der soll... Alter. War keine Chance. Okay. Okay. Ich hab verloren, ja. Schon kapiert. Mann. Hallo. Okay. Okay. Alter, der geht mir echt. Komm her. Komm her. Okay, kaputt. Ah, okay. Er macht mich kaputt. Mir doch egal. Du bist es. Moment. Ja, verloren. Schon kapiert. Nee, kein Continue. Probier mal den anderen Mode. Auch kein Name. Hält euch ein. Ist euch eigentlich aufgefallen? war ich letztes Mal beim Super Remix, äh... Ähm... Ähm... Phenom falsch geschrieben hab. Okay, nochmal. Ja, war... Boah, ich komm her. Boah. Mann! Warum mach ich nichts? Versteh ich nicht. Warum ich nicht schlag? Mann! Ja, stehen halt diese Knöpfe. Hm. Ich sag grad gar nichts mehr, fällt mir auf, ne? Au! Mann! Henna, komm her! Mann! Ich bin kaputt. Ja, haha. Jetzt wär's. Jetzt hier der King, hä? Au, au, au. Nein! Verloren! Ja, ich bin number one. Ist doch gut. Verdammt. Okay, Leute. Ich würd sagen, wir sitzen zum anderen Spiel. Ich bin nicht gut in sowas. Wer Street Fighter, endlich euch besiegt, so. Jetzt wisst ihr's. Okay, bis gleich. Okay, wir müssen neu random drücken, weil irgendwie ist dieses Spiel nicht so geeignet für dieses Format. Wir wollen ja ein bisschen Action und nicht nur rumlaufen. Deswegen drück ich nochmal random. Final Fantasy 3. Ha! Tolles Spiel. Wirklich mega tolles Spiel. Aber für dieses Format bringt es uns nix. Super Strike Eager. Gut. Wir machen dieses Spiel hier. Bis gleich. Mal sehen, ob wir mit diesem Spiel mehr Glück haben. Oh. Flugsimulator oder sowas. Piu. Piu. Oh. Äh. Äh. Ah. So. Mission. Alles abschließen, denke ich. Soll ich machen. Okay. Fliegen wir mal los. Ui. Ui. Alles? Jetzt? Oh. Wie zielt man? Bandit splasht. Ja? Ach du heilige Scheiße. Ist der schwer? Keiner. Wo ist der? Hä? Erwischt? Damn. Okay. Ist das noch nicht... Hä? Die Lenkung ist echt merkwürdig. Habe ich da überhaupt... Ach so. Draufbleiben. Ah. Okay. Okay. Wann... ...hab ich den dann kaputt? Hm. Ähm. Bandit splasht. Nice. Ich bin voller Profi, oder? Ah. Voller Krieg. Die Spiele sind nicht so meins. Das möchte ich mal sagen. Boah. Check gar nichts. Boah. Alter. Wer solche Spiele früher gespielt hat, der hat doch gar nichts gecheckt. Hm. Yay. Weiter. What? Ah. Nein. Nein, nein, nein. Ich kenne gar nichts. Gehen wir mal weiter hoch. So. Und ein bisschen drehen. Und dann... Äh, nein. Oh, nee. Kann man abstürzen? Was meint ihr? Okay, man kann abstürzen. Und mit diesem Absturz... ...würde ich sagen... ...verabschiede ich mich auch diesmal. ...eine kleine... ...ne kleine Runde war das wohl jetzt. Aber die Spiele waren auch nicht so prickelnd, ...würde ich mal sagen. Lasst einen Daumen nach oben da, ...wenn es euch gefallen hat. In der Endcut kommt jetzt die vorige Folge. Und... ...noch irgendein Video. Hm. Minecraft Skype hier kommt da noch. Genau. Schaut in Minecraft Skype hier rein. Ist noch die Playlist in der Infobox. Wie auch mein Trailer, wie schon am Anfang gesagt. Und... ...abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis... ...zum nächsten Mal. Tschüss.